Nichts. Nehmen wir mal ganz viel Schrott mit. Was wir später... Hoppla! Sorry! Ach, das war nicht gut. Gut, hier ist nichts. Und jetzt mal hier lang. Was ist da? Und wir haben eine Kiste! Die öffnen wir mal und wir finden da Rabenfedern. Mal wieder. Irgendetwas, was wir nicht brauchen. Eine Abscheulichkeit. Na, Wunderbärchen. Da haben wir eine Abscheulichkeit. Da ist eine Truhe. Gut, dann weiß ich, was zu tun ist. I'm brief. Tief. Okay. Anders, das musst du hier nicht alles alleine machen. Ist nicht wahr. Wow, worauf bin ich denn gelaufen? Okay, dann gucken wir mal. Ein Magier, Mensch, Männlichen, Danzig in der Tiefstadt. Gut, dann werden wir mal den Herrn Danzig mal besuchen in der Tiefstadt. Aber das machen wir bei der nächsten Aufnahme. So, das war's dann fürs Erste. Ja, und ich muss mal gucken, wie spät es ist. Ja, schon so spät, okay. Dann besuchen wir gleich mal den Herrn Danzig. Gut, ich weiß. Ich hab eigentlich gesagt, wir können gleich die Aufnahme mal beenden. Aber ich muss hier nochmal das hier machen. Wir bestätigen mal. Jetzt gehen wir mal die ganzen Quests ab, die wir noch da haben. Und dann heißt es erstmal gute Nacht, weil ich spiel schon seit heute Abend, schon seit Nachmittags und jetzt ist es abends. Und ja, ich muss sagen, mir tut schon mein Oberkiefer weh. Deswegen kann ich auch so schlecht irgendwas sagen. Sonst laber ich wie ein Wasserfall oder sonst irgendetwas. Aber mir tut halt mein Oberkiefer weh und ja, das Reden ist ein bisschen erschwerend für mich. Gut, dann geben wir hier mal die Quests ab. Irgendjemand Mächtiges in Corkwall will, dass die Seeräuber-Schiffe aus Amaranthien angreifen. Genau wie ich es vermutet hatte. Ihr habt euch euren Bonus verdient. Ihr habt für Raden und Amaranthien einen großen Dienst erwiesen. Sehr gut. So, dann gehen wir mal in die Unterstadt und geben noch die letzte Quest ab für heute. Dann heißt es, wir besuchen Danzig. Nicht die Stadt Danzig, sondern Herrn Danzig. In der nächsten Aufnahme. Das habe ich ja viele Mal gesagt. Und hier ist schon mal das. Pfff, ich konnte ihn nicht finden. Als ich dort ankam, war er schon weg. Ich habe nur seine Wachen erledigt. Hm, ich hatte mehr von euch erwartet. Was man nicht selber macht, geschieht auch nicht. Vergesst das Kopfgeld. Aber hier ist eine Kleinigkeit, weil Gustav wieder da ist. Wenn ihr an mehr Arbeit dieser Art interessiert seid, lasst es mich wissen. Ich könnte das arrangieren. Nein, danke. Ich glaube, jetzt habe ich in diesem Fall genug davon. Wie viel haben wir? 46. Hm, das ist mehr als genug. Das ist mehr als gedacht. Und jetzt werden wir mal die Aufnahme beenden. Weil ich glaube, das ruckelt schon die ganze Zeit wegen diesem bekloppten Programm, was hier nebenbei noch irgendwie so läuft. Ja, beruhig dich, mein Junge. Beruhig, mein Junge. Ich bin beschäftigt. Wir spielen später. So, was haben wir hier? Ist da was? Von Bedeutung? Nein, ist nix. Gut, äh, ich muss mal gucken, ob wir genug Platz haben. Ja, sieht so aus, als hätten wir genug Platz. Und das heißt, äh, warte mal. Ein Augenblick, ein Augenblick, ein Augenblick. Wie war das nochmal? Mhm. Mhm. Blutdrachenrüstung. Was ist das denn? Hm. Hm. Das heißt, wir können jetzt endlich mal die Ausrüstung wechseln. Ja, deswegen war ich so still. Gut. Dann werden wir mal diese anderen Sachen wegtun. Das heißt aber dann aber auch, ähm, ich muss einige Sachen hier verscheuern. Ach, ich hab keine Runen mehr. Also ich hab nicht genug Runen. So, dann werden wir mal uns darum kümmern. Ach, Inventar ist voll. Okay. Dann gucken. Gewand des goldenen Prinzen. Ja. Wird uns nicht viel nützen. Das könnte ich in den anderen, ähm, mal machen. Moment, das ist für Schild, äh, Waffe, äh, Waffe und Schild. Was da rein? Die Hunde des Krieges. Äh, warte mal. Das ist zweihändig. Das kann ich für Kava geben. Das gebe ich für den guten Fenris. Mut. Da ist die Socklung für zwei. Bogen schießen. Ich weiß nicht, wen das gehört, aber ich hab ihn nicht dabei. So, dann haben wir hier noch... Hoppla! Da ist was reingerutscht. Alles mal hier rein, weil ich krieg hier noch Schmuck und so alles. Und jetzt heißt es, ich muss noch die restlichen Sachen mitnehmen. Was? Inventar voll. Und wie viel ist da drin drin? Für Isabel. Ich hasse diesen Namen. Gut, das haben wir schon mal. Fiona. Gut. Gut. Ach, Sebastian haben wir ja nicht hier bei uns. Dann mal zurück. Ja, das mit dem Prinzen möchte ich ja nicht machen. Das ist für Varric und das ist für Sebastian. Ja, ich mach mal gleich Schluss für heute. Ich bin müde. Ah, jetzt weiß ich warum das hier voll ist. Ich hab vergessen, die Rüstung wegzutun. So, jetzt kann ich die beiden letzten Schmuckstücke da mitnehmen. Und fertig. Ja, hab ich mal hier alles. Und das werde ich auch offscreen alles machen. Also nicht während der Aufnahme. Das heißt, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Ich sag dann mal, ciao, Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, ich weiß, ich hab nicht viel geredet und mir tut halt mein Oberkiefer weh. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Wir spielen Dragon Age 2.